Und der Vorpriester antwortete und sprach zu ihm, Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist Christus, dir Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagest, doch sage ich euch, von nun an wird's geschehen, dass ihr sehen werdet's des Menschen zum Sitzen zur Rechten der Kraft und kamen in den Balken des Himfels. Da zerriss der hoher Priester seiner Kleider und sprach, Mir hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünktet euch? Sie antworteten und sprachen, Mir ist das Tadisch, das ist 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 Tadisch. Da speilten sie aus ihr sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Ertliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen, Siehe, jetzt habt ihr das Tadisch, das ist Tadisch, das ist Tadisch, das ist Tadisch. Du hast mich so geschlagen, mein Heil und dich mit Lagen, so wie wirst du begegnet. Du bist ja, wie ich mein Sinne, wie viel Blut uns verstehe, vermisst der Tod, der weißt du nicht. Petrus aber saß draußen im Palast, und es trach zu ihm eine Weib und sprach, und du warst auch mit dem Jesus aus Galileo. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren, dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete aber mal und schwor dazu, ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden und sprachen zu ihnen, Furcht, du bist noch einer von denen, du bist noch einer von denen, doch nein, doch meine Sprache verrätst dich. Warum behorn sich zu verfluchen und zu spüren? Ich kenne des Menschen nicht. Und als Vertreter der Hohen. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte, Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verbeugnen. Und ging heraus, und war eter bitter licht. Musik 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 Amen. Durch sein Angst und Todesgang, ich verleiche mit die Schuld, aber bei deinem Land und Tod ist viel größer als die Sünde. Durch sein Angst und Todesgang, ich verleiche mit die Schuld, aber bei deinem Land und Tod ist viel größer als die Sünde. Durch sein Angst und Todesgang, ich verleiche mit die Schuld, aber bei deinem Land und Tod ist viel größer als die Sünde. Durch sein Angst und Todesgang, ich verleiche mit die Schuld, aber bei deinem Land und Tod ist viel größer als die Sünde. Durch sein Angst und Todesgang, ich verleiche mit die Schuld, aber bei deinem Land und Tod ist viel größer als die Sünde. Durch sein Angst und Todesgang, ich verleiche mit die Schuld, aber bei deinem Land und Tod ist viel größer als die Sünde.